Hallo und willkommen zurück hier bei Black Forest Sports zu einer neuen Ausgabe von Entweder Oder. Heute wieder mit einem FC 08 Spieler, nämlich mit Tobi Weißhaas. Servus. Servus. Ja, schon Urgestein kann man sagen beim FC 08, schon sehr lang in der ersten Mannschaft aktiv. Deswegen auch mal natürlich interessant zu sehen, was du denn jetzt sagst bei Entweder Oder. Zwei Antwortmöglichkeiten, ganz entspannt und du raust einfach raus, was dir dazu einfällt. Spaghetti oder Lasagne? Lasagne. Lasagne, okay. Messi oder Ronaldo, die klassische Frage? Eher Messi. Eher Messi, wieso? Kurze Erklärung vielleicht. Ja, ich glaube Messi hat mehr Talent, Ronaldo arbeitet mehr. Okay. FIFA oder Pro Evolution Soccer? FIFA. FIFA, okay. Dann Handy oder generell das Thema Apple oder Samsung? Oh, definitiv Apple. Apple schon immer, okay. Alles klar. Dann natürlich auch immer die Frage, abends auf dem Sofa lieber mal Netflix oder doch mit Freunden in die Stadt? Oh, sowohl als auch, aber zurzeit eher Netflix. Eher Netflix, okay. Kochen oder bekocht werden? Bekocht werden von Freunden. Okay, eher nicht so der Koch-Freak? Gar nicht. Gar nicht, okay. Guardiola oder Klopp? Guardiola. Guardiola. Stehplatz oder Sitzplatz? Eher Sitzplatz. Eher Sitzplatz, nicht so bei den Fans mittendrin. Nee, nee, ich will das in Ruhe anschauen. Okay. Auch das Thema Urlaub nochmal, Strand oder Berge? Strand. Strand, also nicht so der Bergsteiger? Nee, gar nicht. Lieber entspannt, okay. Dann Schauspielerfrage, Schweighöfer oder Embarek? Embarek. Embarek, okay. Dann danke ich dir an der Stelle für die Beantwortung der Fragen. Bitte. Und wir sehen uns demnächst wieder hier bei VF Sports. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wollt ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen, würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. Black Frost Sports gibt es übrigens auch bei Facebook und Instagram. Schaut auch gerne dort mal vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.